Ja, heute will ich Ihnen kurz zeigen, was die meisten Probleme oder Kommunikationsprobleme zwischen Werkstatt und einem Kunden vorkommen. Und zwar, wenn ein Kunde eine Außenmontage braucht, weil sein Fahrzeug nicht anspringt, ist es meistens das Problem, dass man erstmal herausfinden muss, was macht das Fahrzeug? Gibt es irgendein Geräusch? Können wir überhaupt helfen, indem wir mit Fremdstaaten dem Kunden vor Ort versuchen, sein Fahrzeug wieder zu starten? Und da erkläre ich Ihnen oder zeige Ihnen eben kurz, was eine Ursache und ein Geräusch einfach sein könnte. Bei dem Fahrzeug zum Beispiel kommt jetzt ein Geräusch, ein einfaches Klacken. Was meistens das Problem ist, entweder ist die Batterie komplett leer, wo man noch Starthilfe geben kann, oder der Anlasser spurt nicht mehr komplett aus. Er schlägt einmal an und das war's. Da kann man meistens dann mit Starthilfe auch nicht mehr viel machen und dann muss direkt abgeschleppt werden. Ich tue vorbekommen.